Null das Normal-Null war von 1879 bis 1992 dk-Sekunden festgelegte Nullniveau der amtlichen Bezugshöhe in Deutschland. Umgangssprachlich wird die nunmehr veraltete Bezeichnung über Normal-Null oft als Synonym für über dem Meeresspiegel verwendet, fälschlicherweise für Gebiete außerhalb Deutschlands und Europas seit 1993 ersetzt, das Normal-Höhen-Null das Normal-Null im deutschen Haupthöhennetz. Diese Umstellung der Höhenbezugsfläche erfolgte im Zuge der Zusammenführung der Höhennetze der alten und der neuen Bundesländer sowie im Zusammenhang mit der europaweiten Vereinheitlichung der Höhennetze. Definition in der Geodäsie ist Höhe die Positionsangabe des lotrechten Abstands von einer Referenzfläche. Normal-Null bezeichnet die Höhenbezugsfläche im deutschen Haupthöhennetz, die durch den Normal-Null-Punkt verläuft. Der Normal-Null-Punkt ist ein theoretischer Punkt. Der genau 37 Meter unter dem an der früheren neuen Berliner Sternwarte eingerichteten Normal-Höhenpunkt 1879 liegt. Als Bezeichnung für Höhenangaben dieses Systems wurde ursprünglich Höhe über Normal-Null oder in abgekürzter Schreibweise Höhe über N. N. festgelegt. Die Höhe des Normal-Höhenpunktes wurde vom Amsterdamer Pegel durch Präzisionsnivelle Mass übertragen. Der Normal-Höhenpunkt wurde laut in Schrift am 22. März 1878 festgelegt, Normal-Null im deutschen Haupthöhennetz. Der Normal-Höhenpunkt 1879 wurde 1912 wegen Abbruchs der Sternwarte durch den Normal-Höhenpunkt 1912 in der Nähe des Münchelberger Ortsteils Hoppegarten ersetzt. Die per Schleifennivelle ohne Schweremessungen ermittelten Höhen wurden zusätzlich mit der Normalschwere zu Normal-Ortometrischen Höhen korrigiert. Das daraus resultierende Höhensystem wird DHHN12 genannt. Diese Werte wurden weiterhin mit dem Zusatz NN gekennzeichnet. Die Höhenbezugsfläche Normal-Null nährt das Geoid nur schlecht an. Im Hochgebirge kann es zu Abweichungen von mehreren Dezimetern kommen. Außerdem kommt es bei der Bestimmung von Höhen neben den kleinen zufälligen Fehlern zu modellbedingten Abweichungen, den theoretischen Schleifenabschlussfehlern. In den 1980er Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Umstellung des Höhensystems auf ein physikalisches Höhenmodell, die orthometrischen Höhen, beschlossen. Das als Bezugsfläche dienende Geoid sollte weiterhin Normal-Null genannt werden. Dieses Höhensystem wurde nur in wenigen Ländern umgesetzt und wird dort vom aktuellen DHHN92 abgelöst. Höhenangaben im Höhenbezug DHHN92 werden zur leichteren Unterscheidung mit dem Zusatz NHN gekennzeichnet. Höhensysteme in der DDR In der DDR wurde Normal-Null seit 1956 durch eine Höhen-Null genannte Höhenbezugsfläche ersetzt. Für dieses Höhensystem wurden, wie in vielen weiteren Ländern des Ostblocks, Normalhöhen verwendet. Als Datum galt der rund 14 cm niedrigere Grundstädter Pegel. In Ost-Berlin, beim Höhensystem der Deutschen Reichsbahn und an den Binnenwasserstraßen wurden in der DDR unverändert NN-Höhen weiterverwendet. Für diesen Höhensystem, beim Höhensystem, bei Höhensystem, bei Höhensystem, bei Höhensystem, bei Höhensystem, bei Höhensystem und bei Höhensystem zu verwendet. Vielen Dank.